Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Da braucht der Server drauf, Stacke, so wo sind die alle, ja dann würde mich interessieren. So, dann locken wir uns ein, dann gehts wieder rein, Mensch, Sucht kickt alter, Sucht kickt. Ups, nein, das wollte ich nicht, bloß nicht, dann stehst du weiter unten. Ich wollte eigentlich ein bisschen weiter höher, dass ich gerade sitze. So, ich denke jetzt sitze ich irgendwann mal richtig. Okay. 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 So, das haben wir. Okay. 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 Yeah. Ouais. Scheiß drauf, alles hier einfach reinmüllen. Ah ne, diesmal behalte ich mal das Ding. Ah ne, diesmal behalte ich. Gut, gut. Ich habe mich an. Ich habe mich an. Ich habe mich an. Stoff, 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 Stoff. Ne, weiß nicht. Das eigentlich. Das eigentlich. Und dann hier erstmal nochmal rüber. So, und jetzt geht's los. Check. Musik wird nicht übertragen, ich wollte es nochmal testen. Können wir ausmachen. Also ich will da jetzt hier nicht mit sechs Scraps losfahren, oder? Das ist das. 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 Jawohl. Ich komme jetzt vorbei. Ja egal. Ich komme trotzdem hin. Hi. Grüß dich. Ich kann gerade nicht gucken. Alles gut. Das ist unten die Insel, die Kleine. Alles klar ich komme. Weg. so weiter geht's nice fit bei dir naja unten auf der insel sagt da alles klappt das ist man jetzt in jaja ist so erst rp dann das wäre ja auch wenn ich dich jetzt anrufe oder egal wer vor dir steht mit ihr spielen will und dann tust du dich um deinen chat kümmern dass das das geht beim rp gar nicht ganz bei jedem anderen spiel machen aber nicht beim rp ja schön ja noch einen tag dann ist hier das auch vorbei gucken ja egal bei mir sieht es gerade ein bisschen anders aus durch dass ich leider zwangs urlaub wurde mehr oder weniger und dann zum arbeitsamt gehen muss geil war lustig eine richtig krasse charaktere kennengelernt hat er erst zwei jahre urlaub aber zu grad ganz gut ja es richtig urlaub schmeckt immer ähm ne ich bin zu weit ähm ähm so ich glaube ich muss hierhin da jetzt noch was er aussah da hinten ist die ins oder ja Event ist vorbei oder was? Scheiße, sind zu spät Ja mein Gott, ist halt nicht mehr so Schreibt ja nicht so was in meinen Sheldman, dass das lustig war, wenn ich das verpasst hab Alter Alter Die müssen ja irgendwo sein, oder? Die Bande. Hier ist doch gar keine Sau. Doch da. Hallo. Wo sind denn die alle? Ach, wie jetzt wieder abgezogen werden heute. Mein Freundchen, wer hier weh mal zieht. Ja, aber ich komme ein bisschen später. Ich habe ein bisschen länger geschlafen. Ist das alles schon vorbei, oder? Ja, jetzt schon. Ja, scheiße. Mann, weil ich immer so lange pennen muss, Alter. Ich wusste, beim Lighthouse ist um 20 Uhr noch ein Event. Okay, und wo sind die jetzt alle? Da hinten noch. Kannst du da hinten noch kurz auf den Laufen? Die tauschen gerade Outfits. Ach, hier hinten. Ach, scheiße. Ja, Jack ist wieder gemeint, oder? Alter. Hier geht es. Scherlo-Card. Räscher. Ja, ich muss doch durch. Anscheinend. So. Keiner gestorben. Nee, dann ist ja uncool. Das ist ja das Scheiße-Event. Wie kommen wir denn da durch? Alter. Ach, die gehen alle da oben lang. Die Schweine, sie haben hier ein Labyrinth gebaut, Mann. Okay, geil. Du, Mann, du bist schon bei Stefan, oder? Ach so, hier ist für Zuschauer. Ich hab's gar nicht gesehen, richtig, dass es hier da reinging. Das ist klar, Junge. Mach mal Augen zu, dass ich's was überfalle. Los! Moin, Regler. Hey! Du kommst zu spät, Regler. Du! Was denn? Du Verlierer? Hm, genau, Verlierer. Hast du das auch mal geschafft? Die Rache kommt. Die Rache ist mein. Ey, wir können durchgehen. Willst du nochmal erschossen werden? Meinst du, schaffst du nochmal? Willst du mitfahren? Na klar. Hier. Okay, ich hab auch ein Heli hier. Oh! Muss heim, wegen Katzen. Cleo braucht ihre Medizin. Okay, ja. Aber du fährst heute noch zu Stefan, oder? Oder hat sich das erledigt, das Ding? Wo rennst du hin? Komm, das Leben ist viel zu kurz. Tu's nicht. Äh, wie mach ich denn hier Wasser rein? Äh, ganz normal. Mit R, na? Oder? So wie bei der Waffe. Mit R, oder? Äh, ja. Ich glaub schon. Ja. Ah, jetzt. Und wenn nochmal sowas ist, wie gestern, dann kommst du zu mir. Ich hätte nämlich noch ein bisschen was gehabt. Ja? Ich hab das gar nicht richtig... Was denn? Ich hab das gestern gar nicht so richtig mitbekommen. Na, wo wir da hinten waren. Da. Was denn? Weil du hast doch gestern irgendwas gesucht in deiner Kiste. Und da war das ja nicht. Und wenn dann nochmal sowas ist, dann kommst du zu mir. Dann, ich hätte noch ein bisschen was gehabt, so. So ist es nicht. Achso, du hast das aus Versehen mitgenommen. Na, bist du wahnsinnig? Nein, ich würde dir doch niemals was aus Kisten mitnehmen. Aber ich sag bloß, wenn sowas nochmal ist und du nix hast, dann wärst du zu mir gekommen. Nein, alles gut. Ich bin dann gegangen, weil die ganzen Tische besetzt waren. Weil der Herr Gippie, der hat mich ja eliminiert zweimal hintereinander ohne Grund. Und dann hatte ich einen Cooldown. Und bis ich zurückkam, weil alle Tische besetzt, dann bin ich gegangen, weil ich müde war. Ah, okay. Okay. Yeah. Na gut. Du musst dich mal auch kurz waschen, was? Bei ihr haben sie gestern irgendwie irgendwas Zeug aus der Kiste rausgenommen. Das war echt uncool. Was ist denn jetzt für ein Event eigentlich noch? Um 20 Uhr ist, äh, warte. AF 16. AF 16 um 20 Uhr. Okay. Vielen lieben Dank. AF 16. AF. AF. Wo ist denn hier, AF? Ach ja. Hier oben. So, ich muss doch mal kurz ein Pünktchen machen. Aha! Jetzt weiß ich, wer das war! War das Spiel dann eigentlich schon nach dem zweiten Spiel entschieden? Weil beim dritten gab es keine Punkte. Warst du das etwa vorgestern, wo ich in der Bar eingeschlafen bin? Hä? Nein. Ich bin doch, ich bin doch oft gegangen. Also ich bin schlafen gegangen. Ich war gar nicht da. Vorgestern. Wo sind sie jetzt hin? Ich habe sowieso kein Geld mitgenommen. Scheiße. Naja, wurscht. Ach, du wirst bald nach der Arbeit bei ihm, ist klar. Naja, was machen wir jetzt? Scheiße, Event vorbei. Kacke. Kotzt mich jetzt ein bisschen an. Aber gut. Machst halt nix, ne? Wir müssen hier auch mal schlafen. Den wir hier 24 Stunden durch haben. So, ähm. Wo ist denn da jetzt, äh? Mann, alle, das ist halt... Oh, ey, das ist so doof gemacht. Okay. Da fliegt bestimmt gerade. So, na, dann düsen wir wieder zurück halt. Wenn eh nix ist. Na? Und gucken wir mal mit. Wie es aussieht. Gehen wir halt. Dann gehen wir halt noch mal ein bisschen Geld holen. Schnell. Dass wir wenigstens flüssig für heute Abend sind. Oder? ! Da! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber Füße gebrochen. So, an damit. Wird ja lustig dann. Das ist scheiße, dass ich das jetzt verpasst habe. Aber na gut. Irgendwann muss man ja auch mal pent gehen. Stefan, hab ich heute früh irgendwann mal... Jetzt hab ich geschrieben. Na fatsch. So, jetzt hab ich das. So, jetzt hab ich das. Untertitelung des ZDF, 2020 So 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 Pinsel gegen Turner, Pinsel gegen Turner, der Livekampf hier auf offener Straße So Also Jeder braucht 10.000 Ich habe aus Versehen Invitationen rausgesendet, das war aus Versehen Ich habe dich heute schon zweimal bedroht oder? Jetzt das dritte? Ja, das muss ja sein Das muss ich mir nachher beim Poker wieder hier, Lübbel Alles klar, Dave Wir müssen jetzt noch das richtige Fotoshooting machen Das rennt ja, Lübbel Tschüss, Dave Oh, nee, wir haben keinen Fall hier So Ich würde ja, was 10.000, Alter, zum Zocken heute Abend, ne? Meine Dings hat es ja eh schon gesagt, ne? Ja Tanz Okay Gerade so Hast du fett Kohlen eingepackt heute? Hör mal, hör mal Wenn ich mit dir fertig bin Dann Ja Wirst du das ausprobieren jetzt, ne? Anrufen und nach einer Anleitung fragen Sehr gut, sehr gut Hast du bei? Ein Schoki Bei der Abend also Bei Suki Dinger in der Bar 100.000 100.000 Ich dachte, 10.000 Kann ich noch ein weiterer Patchy verkaufen? Er hat wirklich 100.000 Du willst doch auch, oder? Wie, darf ich mal den 3.000 nicht mitspielen? Da muss ich nochmal nachkommen Okay Ja, da lag es mal nicht vor, dass sie mit so einem Erzlopfer aus 100.000 Scraps Das war kein Problem Ich ruf mal Meine Freunde, nachdem ich mir Geld leihen kann Wir haben Zeit bis heute haben 100.000 an den Casino Royaltisch zu bringen Ansonsten Bitte, Herr Walle mit Ihnen ein bisschen kuscheln Das ist kein Problem Walle und ich kenne es schon gut Und danke Schon sehr familiär, würde ich sagen Aber das ist kein Problem Ich krieg das Geld schon Er kennt mich wieder was Nein Warte, das ist ja andersrum Scheiße Hartkuhl-Kreis-JP Guck mal, wie schnell die Leute hingucken Jetzt haben wir auch gerade gedacht Was war deine Freundin? Aha Ja, ich weiß Ich werde mal gestanden Die Sucht, die klingt Herr Schöne, wir müssen noch was zu besprechen Glaublich Wie viel soll denn das Pokern heute Abend losgehen? Ich habe meinen Scrap bei Sonnen Nach der Party um 21.30 Uhr Also erst mal kommt das Rennen genau Okay Ich werde mal mitkommen Hallo die Herrschaft Guten Tag Das Banditenlager nach Hauswerten Hallo 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 Herr General Gleich gute Nachricht Hätten Sie einen Moment für mich Zeit? Ja, kommen Sie Ja, ähm Ich bin zwar außer Dienst Aber, ähm, okay Das würde ganz freuen W-w-w-was ist denn hier passiert? Du, Shana, Shana Wo sind denn so viele Menschen? Was machst du bei dem Rennen mit? Hast du denn den ganzen Scheiß? Ja Boah, das ist ja grauenvoll Wo kann man... Wo ist denn der neue Heli her? Wo ist denn der neue Heli her? Hast du denn schon einen Partner? Hast du denn so viel Scrap übrig? Nein Ne, ich muss ja heute Poker haben Und wir sind zusammen gefahren Und wir machen das Also will vielleicht jemand Bevor ich sie zu Scrap verwandle Dann rufe ich die Frau Will vielleicht jemand Semi-Rifal-Buddies Oder Rifal-Buddies Oder SMG-Buddies kaufen? Ja Da bin ich raus Let's to go Let's to go Let's to go Jawohl Oh, ich glaub Waffen gibt's hier mittlerweile genug Dann schreddere ich das nur Oh, du magst doch alles für Scrap, wa? Hier, ich schreddere auf Waffen, richtig So Du schon wieder wach? Oder was? Ja, so halb So halb? Okay Ja, einmal unter die Dusche gestellt Und schon ist alles wieder super, oder? Mein Gott, das ist eine Straße, kein Bürgersteig Wo ist das Event? Ähm... AF... Äh... 16... 15... AF 16 ist das AF 16? Okay Ja, 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 ja Warte mal, komm mal mit Ich hab deine Schulden Irgendwo da drüben Am Auto, hier Ähm... Was hat er gesagt? 525 Look hier Auf den Scrap genau Ich war schon kurz davor wieder da rein zu gehen Und das zu verdoppeln und zu verdreifachen Aber... Die Spielsucht kickt Ja Sag immer Achso, ich dachte, du haust auf mein Auto rum Was ist denn da drinnen los, alter? Der Fisch abgerissen, oder was? Na, wir waren hier, ähm... Na? Ne, ich kann die auch gar nicht Verholen, wenn du willst Das wird ja natürlich schneller gegangen Als mit dem Stäbchen hier Na ja Na komm Die 200, die wir jetzt gerade gefarmt haben Ja, wieder am zocken Ja, du kennst mich, haha Diese Sucht Ja, die kickt die ganze Zeit, alter Ich muss Hey, was ist denn hier los? Du kennst uns doch Ich kenn euch Na ja Mehr oder weniger Läuft bei uns Mit 1 Scrap hat die scheiße Kiste da gegeben Ohoah Braucht doch jetzt Geld, alter Jetzt komm Können wir mir jetzt den Bucke anmachen Komm, gönn jetzt Komm, gönn jetzt Komm, gönn jetzt Ha, erstmal wieder alles zocken, alter Herrlich Aber mach doch Laune, ne Wie viel war es? Äh, 45 Naja, okay Nein Komm, jetzt gehen wir Deiner sieht gut aus, ja Der spucht Das war bloß Lübe 25 Ja, da waren wir 15 Naja Was, 15? Ja, okay, bist du auch auf dem 3er drin, oder was? Ja Egal, wir müssen das jetzt ausziehen So geil Das klang gekutschert, alter Ja Der hat mal 125 Ja, er hat 135 rausgezogen Lust Waren wir gleich hinter, oder? Lass die brennen Nein Ja Nein Nein Ja Sag mal Sag mal, sollen wir beim Rennen heute mitmachen? Ah, ne, da bin ich zu schlecht fürs Rennen, denke ich Da, so gut bin ich nicht, dass ich irgendwie beim Helikopterrennen mitmachen kann Oder wie meinst du? Äh, ist das ein Helikopterrennen? Ne, das ist irgendein anderes Rennen heute Abend, oder? Achso, ne, dann bin ich ja, dann sind wir auf jeden Fall dabei Ähm, aber ich hatte irgendwas gelesen in der App Müssen wir uns wohl, glaube ich, bei Suki anmelden Okay, weil ich habe nämlich irgendwas gelesen, dass du in der Zeitung irgendwie dich anmelden müsstest, oder in der App halt Ne, also das Event heute Abend ist es, glaube ich, äh Ich muss mich einfach mal bei Suki melden Okay, dann machen wir das doch gleich mal, oder? Ja, klingt noch ein paar Ja Ja Ich schaue jetzt hier nochmal mein Geld durch Und dann hoffen wir, dass der jetzt nochmal spuckt und dann können wir nochmal rüberfahren Bist du zu Fuß oder bist du mit dem Auto? Oder mit dem Heli hier? Äh, ich bin zu Fuß gerade Ah, okay Komm, ich will jetzt aber mal nen Jackpot sehen hier Ja, nicht nur du Ich brauch doch Kohlen für nen Pokerabend heute Abend wieder Ey, wie oft man nicht, dass die Dinger einrosten Außer wenn es auf der richtigen Stelle einrostet, dann ist es okay Ich versuche nur die Schaltkreise auszutricksen Ja, es hat geklappt Ja, passt weiter Mit bisschen Wasser da rein und schon, guck das Ding die großen Gewinne raus hier Ja, mein Okay, komm, lass uns loszüßen Oha 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 Und der General am Automat Ich hab leider kein Fotoapparat dabei Ich dachte, dass es ihm vielleicht aus der Tasche gefallen Es kommt Ok, rüber gucken Boah Das scheint anscheinend noch mehrere Süchtige zu geben, nicht nur mich. Das ist die reinste Suchtinsel hier. Reine Suchtinsel, genau. Ja, steht hier wieder mit dem Heli mitten auf der Straße. Das sagen es alle. Wo finden wir Suggi? Warte mal. Ich gucke mal, ob ich sie anrufen kann. Ja, okay. Oh oh. Also bei dem Telefon spinnt das auf einmal mein Dings. Hier ist alles okay, hier ist alles okay. Das ist das Spiel gerade. Gut, tschüss Rust. Jetzt ist das Spiel aufgehangen, aber das passiert manchmal. Machen wir es halt so, wenn wir rausfliegen. Unterscheid. Fuck, heißt du mich komplett zu link gerade? Kacke, Alter. Ja. 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 Ich glaube, ich müsste meinen Hotkey binden, dass ich auf Pause drücke, dass ich nicht nur lautlos mache. Ich weiß nicht, dass ich nicht so lange sitzen soll, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, Wofür ist das auch das Scheiße? Piu 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 So, vielleicht schneller Das ist auf einmal dunkel TV Telefonieren eingeschlafen Ja, keine Ahnung Wahrscheinlich irgendwie Zu sehr ans Ohr gehalten Ja, aber die Strahlungen Vom Handy sind jetzt So was Ich bin nicht blöd. Feine Katze, ey, die müssen doch irgendwo was drin, Alter, das geht mir auf den Sack. Ja, keine Ahnung, also manchmal denke ich, Alter, ich finde die Leute nicht in dem Scheißteil. Zürtel bräuchte ich vielleicht doch noch mal. Was? Opa. 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 Keine Ahnung. Ich finde die nicht im Telefonbuch. Oh. Gar nicht. Ja, egal. Da fahren wir hinter. Es geht jetzt eh gleich los, der 20 Uhr, oder? Ähm, 21.30 Uhr. Ach, erst 21.30 Uhr. Ich weiß, ich habe irgendwie was von 20 Uhr vor uns, glaube ich, gehört. Aber ja, gut, okay, cool. Da haben wir ja noch ein bisschen Zeit, ne? Ja, aber ich denke mal, irgendwie anmelden müssen wir uns trotzdem, denke ich, oder? Ich weiß es nicht genau. Ja, wollen wir mal hochfahren, gucken? Ich glaube, Suki wohnt da oben mit, oder? Ja, fahren wir einfach mal hin. Oder play a little game. Wo ist das? Was ist das? Der Babersohn? Das war's. frag mal die leute kannst du uns helfen wir suchen besuchen die frau scheiße wegen anmelden wegen dem racing oder so was das nachher ist das bei ihr melden machst du auch mit ich weiß noch nicht was für ein racing wissen wir auch nicht egal mitgemacht so halt ne oben sagt doch dass ich nicht die szenen nicht gewechselt so weit ich weiß es ist ein sand mobil rennen ja geil wird sich hart fühlen wir suchen halt durchsätze wegen anwälte irgendwie und so war denn war denn ich hier gerade vorne hier dass irgendjemand mit so in so ein sand mobil unterwegs der erkennt sich vielleicht aus heute und 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 Müssen wir uns ausziehen bei dem? Oder? Weißt du was? Ich habe jetzt alles weggepackt, nur mal so. Wo uns nicht jeder zuhört, das wäre mir ganz recht. Oho. Ich habe gerade nur eine Frage. Scheiße. Ich habe jetzt ein Business-Meeting machen. Ne, Quatsch. Jetzt habe ich es aber schon umsonst bekommen. Das will ich spreche. Ich habe dich nicht vergessen. Servus. Scheiße, ich hätte mir eine Frage. Hi. Kannst du mir mal kurz helfen? Ich habe hier gerade noch Wehen. Ich habe hier gerade noch Wehen. Achso, okay. Alles klar. Ne, dann mach du mal. Bis gleich. Jo. 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 Hast du auch nicht gefunden, oder? Nee, nee. Scheiße. Das Mobil ist ja schon mega fetzig, mein Alter. Servus, grüß dich. Sag mal. Ja, das ist ein richtig heißer Hof, Mann. Ja, man, sehe ich, Mann. Nice, wo kriegt man denn sowas her? Die Distanz runterstellen, danke schön. Ja, das ist ganz da hinten. Da so auf der Insel vom Arktis-Labor. Okay, okay. Da muss man richtig ran. Oh, geil. War am angezogen sein. Trasse ausgerüstet sein. Das war gut. Kann man da auch jemanden mieten, der einen da vielleicht auch so wie Art, naja, Turm macht? Also, mal nur mal kurz. Ja, das schmecken lassen, Mann. Ich muss mal noch gerade beim Pizza holen. Alles gut. Also, ich meine, ich glaube, der da bietet sowas an. Du bietest so eine Turn an? In gefährlichen Gebieten, wo man was rausholen kann? Oder wie sowas da? So ein Jetski? Oder wie nennt man das Teil überhaupt? Das ist ein Lanspeeder. Ein Lanspeeder. Habe ich damit auch ein Lanspeeder? Weg war er. Gucken Sie sich das an, wie schnell das den fährt. Überlegen Sie sich das gut. Na ja, aber so ein bisschen zum Grußen. Das muss ja nicht unbedingt schnell sein. Das ist Feuer. Vorsicht. Alter. Das ist einfach eine wahnsinnige Geschwindigkeit. Da muss ich gut festhalten. Das ist richtig. Alter. Da bleibt die Unterhose nicht zerknittert. Na ja. Ja. Trotzdem zum Grußen. Mega nice. Habt ihr gesehen? Ja man. Zum Grußen ist ja mega fett. Ja, ich bin schon nur. Ein bisschen abfühlen die Kiste. Ist so fett jeder gegen diesen Helikopter. Ja, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Aber ich meine, der parkt ja auch perfekt dort, oder? Mein, mein. Was geht denn hier? Hey, eine Zerrettenadler. Das darfst du nicht hier ein. Es wurde gesagt, dass auch ein Rennen heute Abend ist mit sowas ungefähr. Ja, ja genau. Ja. Weißt du, ob man... Da müssen Sie bei der Frau Suki anrufen. Wo Suki Ding ist. Ja, hab ich versucht. Steht im Telefonbuch, da kann man sich anmelden. Kostet 100 Scrap. Cool, cool. Ja, bei mir im Telefonbuch anscheinend nicht. Keine Ahnung. Ich hab mehrmals durchgeguckt. Hab das nicht gefunden. Oder hat sie ein Synonym für ihr Geschäft? Ja, das ist... Warte, ich guck mal kurz. Ich fahr mal an die Seite. Oh, der Heli wurde gerade richtig mitgenommen. Jetzt fackelt er schon. Ich will die nicht. Ohne Scheiß. Ja, sie ist unter Dosenöffner. Ja, ich speichere Dosenöffner, Suki. Letzte Seite. Vorletzte Seite. Alles klar. Vielen lieben Dank. Vorletzte Seite sein. Ja, cool, cool. Danke dir. Für deine Hilfe. Alles klar, Horschi. Bis später. Alles klar, ciao. Dosenöffner, Suki, sagt er. Hä, was? Dosenöffner, Suki, hat er gesagt. Und der Dosenöffner, Suki, steht hier drinnen. Vorletzte Seite. Oh, ich muss ihn nicht so schnell drücken. Nicht, dass dann die da... Hm, nee, bei mir nicht. Wo ist die am Telefonieren? Doch, bei mir schon. Auf der letzten, aber... ...dosenöffner, Suki, steht hier drinnen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020